Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Forschungseinrichtungen und Universitäten auf so engem Raum wie in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Hier kommen auf 1000 Einwohner 49 Studenten. Und genau hier, in der größten Stadt des Ruhrgebiets, in Dortmund, konnten wir im Nordwesten der Stadt weitere 132 Wohnungen erwerben. Die Häuser stammen aus den 1980er Jahren, verfügen über funktional geschnittene Wohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern, mit Balkonen und lassen sich ideal vermieden. Unser neues Wohnungsportfolio in Dortmund-Oestrich besteht aus 132 Wohnungen, die vor allen Dingen bei Mietern sehr beliebt sind. Die Mieter genießen einfach die Einbettung der Wohnungen. Es sind vierstöckige Häuser in Klinkerbauweise, in ein sehr grünes Umfeld. Es sind mehrere Kinderspielplätze, ausgedehnte Kinderspielplätze, ein alteingewachsener Baumbestand, der dort für eine gute Luft, für ein grünes Klima sorgt. Und natürlich die gut geschnittenen Grundrisse, die die Mieter dort einfach begeistern. Wir befinden uns hier in unserem neuen Objekt in Dortmund, Hobestadt und Stürzelbreite. Wir haben hier eine Wohnimmobilie mit 132 Wohneinheiten, 35 Stellplätzen aus dem Baujahr 1982. Wir haben hier eine Massivbauweise, die in den letzten Jahren sehr gut instand gehalten wurde und auch sehr gut gepflegt ist. Gemeinsam entwickeln wir Ihre Kapitalanlage zu einer nachhaltigen, sinnvollen Investition. Dortmund ist unser Ankerstandort als größte Stadt des Ruhrgebiets. Aber auch in den Städten Bochum, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen konnten wir gute Erfolge bei der Renovierung und der Vermietung unserer Wohnungen erzielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017